Herzogin Meghan will ganz nach oben. Und dafür meldet sich offenbar bei ihrem Ex-Mann Trevor Engelson. Der kann ihr etwas geben, das Prinz Harry nicht hat. Doch was denkt ihr Ehemann darüber? Alles ist ihr Recht, um ein Ziel zu erreichen. Auch jetzt hat Herzogin Meghan, 42, wieder mal einen Plan ausgehackt. Es ist unfassbar, was sie Harry damit antut. Denn die Spur führt ausgerechnet zu ihrem Ex-Trevor Engelson. Herzogin Meghan und Trevor heirateten 2011.Ein Rückblick, Meghan war in der Filmbranche ein kleines Licht, bis sie den Filmproduzenten Trevor Engelson, 47, kennenlernte. Durch ihre Hochzeit 2011 kam ihr Durchbruch mit der TV-Serie Suits. Zwei Jahre scheiterte die große Liebe. Die Scheidung folgte nur zwei Jahre später, 2013. Er blieb mit gebrochenem Herzen zurück, sie kletterte die Erfolgsleiter empor. Schließlich krönte Prinz Harry das Ganze, indem er sie heiratete. Zunächst sonnte sich Meghan im royalen Glanz, dann der Bruch mit dem Königshaus. Seitdem suchte sie neue Herausforderungen. Vergebens. Selbst Meghans neues Label American Riviera Orchard, mit dem sie und andere Marmelade vermarktet, kommt nur schleppend voran. Zwar verwöhnt Harry seine Frau nach Strich und Faden. Doch genügt ihr das nicht? Sie scheint jedenfalls schon einen neuen Plan zu haben. Was erhofft sich Meghan von ihrem Ex? Ihr neuer Plan? Zurück zur Schauspielerei. Angeblich klopfte die Herzogin mehrfach ausgerechnet bei ihrem Ex-Mann an die Tür. Als Produzent hat Trevor Kontakte. Zufällig ist er auch Literaturagent, könnte Meghans geplantes Enthüllungsbuch vermarkten. Obwohl Trevor verheiratet und Vater ist, konnte er Meghan nie vergessen. Hat er deshalb den Treffen mit ihr zugestimmt? Für Harry müsste das eine riesige Demütigung sein. Untertitelung aufgrund der K琵 jagt! Untertitelung des ZDF, 2020